Hallo Bienenfreunde, wir haben heute Sonntag den 17.01.2021 und ich möchte heute die Völker auf meinen Heimatstand noch mal kontrollieren und ich habe heute folgendes vor, hier hatte ich vor zehn Tagen die Windel noch mal reingeschoben um den natürlichen Milbenfalls zu bestimmen und dann möchte ich noch, da gehen wir jetzt mal kurz einen Schwenk machen, so hier hinten die 3 Mini Plus, die möchte ich noch umsiedeln, die sollen an einen neuen Standort, wir haben zwei Grad und da werden die Bienen schon in der Traube sitzen. Es geht jetzt, sie sind drei Wochen nicht geflogen und da kann man sie jetzt auch 20 Meter weitersetzen, die fliegen sich dann neu ein, vor allen Dingen wenn da hinten keine Beuten mehr sind, betteln die sich dann trotzdem irgendwo anders ein, das ist kein Problem für die Bienen. So, ich möchte die Mini Plus dann auch, werde ich auch gleich noch wiegen, ich habe ja so das Leergewicht bestimmt von den Beuten und so eine 3-Zargi Mini Plus mit Deckel wiegt so um die 9 Kilo, bin ich großzügig, rechne ich noch ein Kilo Bienen drauf, so viel wird es noch nicht mal sein, dann sind wir bei 10 Kilo und was dann drüber ist, das ist eben noch Futter. Also die Mini Plus sollte jetzt noch so 3 Kilo Futter drin haben, das reicht für die. Ich gehe jetzt auch bei den großen Beuten von einem Futterverbrauch aus, der so bei 500 Gramm bis 1 Kilo liegt bei dem Wetter. Bei meiner Betriebsweise in den Holzbeuten liegt so der Futterverbrauch pro Monat zwischen 500 Gramm und 1000 Gramm und ich hatte die ja so mit 14 Kilo eingefüttert, also dürften die noch gut Futter haben und das was jetzt eigentlich noch lebt, das wird dann auch durch den Winter kommen. So, wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Mini Plus umstelle. Bis dann. Na bien Freunde, ich wünschte heute eine Nachkontrolle machen und zwar geht es darum, die Windeln noch mal zu kontrollieren und den natürlichen Totenfall zu bestimmen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Wir ziehen die Windeln und dann gucken wir mal, wie es aussieht. So, fangen wir mal bei Volk 1 an. Das sieht sehr gut aus. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Milben drauf in 10 Tagen. So, folgt 2, 3, 4 Milben in 10 Tagen. Folgt 3, da sehe ich 2 Milben. Folgt 4, da sehe ich 1 Milben. Folgt 4, da sehe ich 1 Milben. Die Nummer 5, hier sind ein paar mehr. Es dürften ein paar mehr sein. Das war ein Volk, das hätte ich eigentlich als Drohnenvolk ausgesucht. Aber wenn das jetzt noch so viele Milben hat, das sind mehr als 10, da werde ich das wahrscheinlich nicht nehmen. So, Volk 6. Hier habe ich 3, 4, 5 Milben. Das ist gut. Wir kommen jetzt hier noch zu einer Mini Plus. Hier sehe ich keine Milbe. Noch eine. Das ist innerhalb 10 Tagen. Gehen wir zunächst das Mini Plus. So, damit bin ich eigentlich zufrieden. So, die nächste Mini Plus. Da sehe ich auch keine Milbe. Und das sieht gut aus. Also die Oxal-Säure-Behandlung hat hier gewirkt. So, was ich jetzt noch vorhabe, ist natürlich diese... So, ich werde jetzt noch die anderen Mini Plus hier rüberholen. Und dann schauen wir mal. So, ich lasse euch erstmal hier stehen. Schaut euch mir vorgezählt an. So, da haben wir jetzt hier eine Mini Plus. Ich stelle sie mal auf die Waage. Also, 18,6 Kilo. Da haben wir viel zu viel Butter drin. Auch hier bei der Mini Plus. Ich habe jetzt den Schieber rausgezogen. Also, ich sehe hier keine Milbe. Das sieht gut aus. So, hier ist es. So, auch die kommt auf die Waage. 14,3 Kilo. Das ist auch ausreichend noch hoch. So, eine müssen wir noch holen. So, auch die kommt auf die Waage. 15,3 Kilo. Okay. Das ist gut. So, wie sieht es aus. Jetzt habe ich hier 4 Mini Plus stehen. Hier drüben 3 Mini Plus. Also vom Futtervorrat passt das. Das eine mit 18 Kilo. Also nehme ich unten die Beineleisten weg. Dann sagen wir 16 Kilo. Die haben noch 6 Kilo Fütter drin. 10 Kilo ziehe ich ab. Das Gewicht der Lernbeute hatte ich ja schon mal ermittelt. Sind soweit 10 Kilo mit Bienenmasse drin. Und da sieht das gut aus. Ich höre es, summen einige Fliegen hier schon raus. Ein bisschen Sonne. Kommen sie schon zum Vorschein. So, was haben wir noch? Flugbratter sehen gut aus hier. Kein großer Totenfall. Das werde ich jetzt nochmal kontrollieren. Die Gitterbilden von unten. Und ich werde auch nochmal mit der Wärmebildkamera gucken, wie der Bienensitz da ist. Ich versuche das mal hier bei der Mini Plus zu sehen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und die 4. Nummer 6. Und die 7. Jetzt sind wir bei der großen Breite. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn die Beuten auf Böcken stehen, dass man den Unterboden schön aufnehmen kann. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn die Beuten aufbauen kann. Das ist nicht normal, deutsch 1.0. Das ist nicht normal, deutsch 1.0. So, hier die Sklennerreise. So, bei der 2.0 kann ich nicht gucken, da ist die Waage drunter. Aber bei der 1.0 kann ich wieder gucken. Das ist ja meine Nummer 1. Die Rheinzuchtkönigin. So, okay, das war's dann für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.